Herzlich Willkommen zu der 23. Folge zu... ... ich hätte gerade fast gesagt, zu... ... zu 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 ähm... ... Dead Island. Würde ich gerne analysieren, dass ich zu dir sprengen kann. Ah, da ist eine große Kreuz bei der zweiten Garten. Warte, da ist ein Bulldozer. Ich versuche, die Garten zu rammen. Bulldozer? Warte, jemand hat einen besseren Plan. Hey, erzähl ihm. Ja, du kannst die Bulldozer machen, dass sie noch mehr gefährlich sind. Lade ihn mit etwas flammendes. Fühlkanister vielleicht. Mache sicher, dass es über die Garten geht und es aufreicht. Oh, das klingt wie ein verrückter Plan. Lass uns das mal probieren. Warte, was du sagst. Also, ich hab nur genug ohne. Also, ich hab auch noch meine Rasserei. Ich hab leider vorbeigeschlagen. Ich weiß nicht warum, aber ich... Man lässt bei Dead Island aus irgendeinem Grund... ... äh... ... die Taschenlampe immer an. Mal so. Mal so. Mal so. Das ist gut. Nur zur Sicherheit. Okay. Das war unnötiger Krach, kann man auch sagen. Auf Deutsch. Hey, level up. Trainingskosten, äh, hier. Training Verbesserungen. Und den Weg zu den Dogs. Oh, Leute, Dogs, out. Wir sind noch in der Raketenwerfer. Okay. Nein. Mehr als genügend. Ich sage nur, dass wir uns zusammen über das Dach probieren. Das sieht so offensichtlich aus. Das wilde Spiel, das ich hoch hier. Oder hier ist auch nichts. Alright. Oh. Oh, du hast mich hier gerettet. Ah. Ich will hier sich nur totstellen. Das ist ja eklig. Ach man, wie oft ich da nebenschlage. Alter. Was ist denn jetzt los hier? Was ist denn los? Habe ich gesoffen oder wo? Warum greif ich denn nicht mehr? Ich werde hier wie an Triffssicherheit. Ach, komm. Ich werde mich schon rick. Wer die Zombies sind, Mann. Stop that. Ich sehe doch wieder, wie hier wieder so viele Leichen rumliegen. Zum Glück habe ich hier noch eine Impulskanade. Schnell und schmerzlos. Ich hoffe, dass es etwas gut ist. Okay, ich darf hier nicht runter. Wie geht es denn hier weiter? Mischtreuers. Lass ich mal kurz meine Granaten auspacken. Ich glaube, ich werde die noch brauchen. Sieht so aus, als müsste ich schier hin. Ah. No way, understood. Oder ich habe mich jetzt irgendwo hingeklitscht, wo ich es sein hätte dürfen. Das kann natürlich im jeden Fall so sein. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr. Sieht gut aus. Oh, wie geht hier, mein Freundchen? Ich hatte eine Freundin, die hier rundherum lebte. Gott weiß, was zu ihr passiert. Ach, Gott sei Dank. Nur gehofft, dass es ähnliches mit dir ist. Dieser... Mr. Hans, nenne ich mal. Er hat es auch schon wieder verpasst, wenn die Bombe hochgegangen ist. Ah, ich muss noch einen anderen Weg in. Ach, Mann. Ich würde es nicht sagen, dass ihr mich jetzt wirklich hier hingelotzt habt. Ich würde es nicht sagen, dass ich mich jetzt hier in den Bauch schieße. Und ich ziehe den Stick vor der Körner nach oben, aber er lenkt so krass dagegen. Das ist nicht fair. Just like that. Oh, oh. Ich würde eigentlich zum Pistole wechseln. Nein, ich habe eine Granate weggeschmissen, sonst. Ich werde sie sicherlich nur brauchen. Aua. Ah, ich kann nicht gedrückt halten. Das ist angenommen. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe jetzt eine eklige Range. Oh, was ist denn? Boah, ich bin ein bisschen hergekommen. Boah, das ist schneller als ich dachte. Boah, ich bin ein bisschen hergekommen. Boah, ich bin ein bisschen hergekommen. So, das ist das Kantana. Zeig mal, was habe ich hier gerade Neues bekommen? Das ist ja alles in der richtigen Reihenfolge. Hm, dann weiß ich nicht, was sich aktualisiert hat. Aber ein Foto. Stay the fuck down. Man merkt schon, wie sie es langsam zum Ende anspitzt. Oh, 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 oh. So, mein Freundchen. Mach hier keinen Foto. Mach hier keinen Foto Spinner. Ah, ist auch so. Ah, hier. Okay Lass uns das Geld nutzen, um lieber die Waffen zu reparieren, als sonst was Puh, ich hab aber irgendwas repariert, was ich gar nicht erwähnen wollte Was? Egal Schwergewicht Machen wir jetzt aber mal hier dran So Erstmal kurz die Sachen wegschmeißen, die ich gar nicht haben will So Wechsel das einfach hier mit Ah hier Idiot Die Docks Das ist hier Moment, so Wir legen wieder Waffen Um sicher zu gehen Jackpot Okay Okay Hier geht's, oder? Ne So Oh hier geht's Oh hier geht's, jemand Bam Bam Das Gute ist, bei Schwergewicht kannst du halt die Gegner echt gut umhauen Die müssen sich mal wieder schlagen lassen können Die müssen sich mal wieder schlagen lassen können Das dauert zu lange Oh Kann ein Witchstab geben hier Was ist das? Wie kann ich mit dir schlagen? Wie kann ich mit dir schlagen? Ah, ich hab nichts halt zum Schmeißen, oder? Komm, schreien wir nicht. Danke. Töten, bevor sie schreien, ist das Beste. Das ist das Beste, was man tun kann. Ah, die gleiche, normal, nur ein Legendär. Lass uns jemanden einfach in den Kopf schmeißen, den nächsten Gegner. Boots, 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 Boots. Geil. War nur leicht daneben. Kann das ja explodieren. Geil. 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 Spielt der mit Blankrad oder was? Junge! Meine Hitbox ist aber auch so groß wie in jedem anderen On-End-Shooter langsam das Gefühl. Komm Kotz! Ja, so freue ich mich nicht ran. Ist mir aufgefallen. Ach man! Es steht immer so, dass ich ihn nicht treffen kann und meine Hitbox ist gefühlt so groß wie die ganze Türe haben hier drin. Das ist halt... Wo bin ich? Da, war nicht so schwer. Mehr hättest du nicht tun müssen außer zu sterben. Ham! Ham! Was sind denn, was ich hängen im Ferran der Hammer? Dopp! Ist denn da hingekriegend da aber? Nun! L alone! So viele Zombies Warum sind hier so viele Zombies Muss ich mir Sorgen machen Für so viel Muni Sollte ich Ja Mach ich erst Nein Schuss Der Alfa man Ihr kennt die nicht Hier sind noch so viele Ich höre sie alle rumlaufen So eklig Zeit für die Pistole Ich kacke jetzt auf den Hammer Oh oh Hast du mich gut erschrocken muss ich sagen Mein Freundchen Hast du mich gut erwischt Okay Dann wir sagen Sie sehen uns in der nächsten Folge Und so mit